Hallo bei support.net.news. Apple hat ja gestern in New York eine Veranstaltung gegeben zum Thema Erziehung und dabei klargemacht, dass es in den Schulbuchmarkt einsteigen möchte und dafür iPads als die neuen Schulbücher etablieren möchte. Mittlerweile gibt es im Netz schon die ersten Erklärvideos dazu. Hier geht es darum, wie man solche Lehrbücher demnächst vielleicht herstellen könnte. Und ich möchte mal gucken, was denn die deutsche Presse so dazu schreibt. Die FAZ titelt also, dass Apple das Schulbuch neu erfindet und macht besonders darauf aufmerksam, dass es da in den USA immerhin um einen 10 Milliarden US-Dollar-Markt geht. Spiegel Online setzt seinen Schwerpunkt darauf, dass zum einen auf den technischen Aspekt, also sowohl die Leseapplikation als auch die Applikation, mit der man dann eigene Lehrbücher schreiben kann und informiert auch darüber, dass die Schulbücher demnächst dann so rund 14,99 Dollar in Amerika kosten sollten. Welt Online spricht davon, dass Apple schlau machen möchte und beschäftigt sich besonders mit den Möglichkeiten, die so ein multimediales und interaktives Schulbuch in Zukunft bieten könnte. Die Financial Times hingegen, naturgemäß, guckt sich zuerst mal den wirtschaftlichen Aspekt an und sieht da schon wieder einen Kampf zwischen Apple und Amazon in Zukunft aufkommen. Zur Erinnerung, in Deutschland dürfte der Schulbuchmarkt so einen Umsatz jährlich von rund einer halben Milliarde Euro haben. Es ist bisher noch ziemlich unklar, wann Apple sein Schulbuchkonzept, das neue Schulbuchkonzept, auch auf andere Märkte als die USA beziehungsweise anderssprachige Märkte ausweiten will. Bis dahin können wir uns aber hier zum Beispiel auch in diesem Erklärvideo schon mal angucken, wie das künftige Konzept von Apple sein wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.